Viele nackte Füße trafen sich am Samstag im Kurpark zum ersten Barfußtreff ein. Die Podologin Melanie Reutner aus Bad Harzburg hatte am Knallbecken des Kurparks und den angrenzenden Barfußweg eingeladen. Nach einer Begrüßung ging es dann auch schon zum ersten Warm-up los, ab ins Knallbecken und im Storchengang einige Runden gelaufen. So waren die Füße schön durchblutet und die ersten Fußgymnastikübungen standen auf dem Programm. Zwischendurch gab es immer wieder Tipps zum Barfußlaufen und zum Fußschwimmer. Dann ging es auch schon weiter zu ausgefallenen Übungen, wie zum Beispiel eine Wäscheklammer vom Rasen mit den Füßen auf einen Karton zu klammern. Oder ein Tuch mit den Zähnen aufzuheben und wieder fallen zu lassen. Natürlich war auch der klassische Massageball mit im Spiel. Die Teilnehmer waren begeistert an diesem schönen Sommermorgen im Kurpark Gleichgesinnte zu treffen. So entstanden auch gleich die ersten Ideen einer gemeinsamen Barfußwanderung auf dem Butterberg in Bad Harzburg. Am 15. August findet dann an gleicher Stelle der zweite Barfußtreff im Kurpark statt. Um 10 Uhr geht es dort los. Wer dabei sein möchte, Anmeldung bei der Podologin Melanie Reutner. Telefon 0151 1525 3735. Und bis dahin gut barfuß. Telefon 0151 1525 3835 Untertitelung des ZDF, 2020